SFI, GEB Shopfloor Integration. Was ist das? Wo stehen wir denn da in dieser ganzen Kette der vertikalen Integration? Wir haben ja gesehen, unten ist Sensorik, Maschinen, Steuerung, dann kommt eine Middleware, eine IoT-Plattform, die bestimmte Dinge sammelt, voraggregiert, visualisiert und dann kommen wir schon. Dann kommt das SFI. SFI wird klassisch, wie Sie es von GEB Add-ons kennen, direkt ins SAP-System als Add-on installiert über SAINT. Die Basis-Administratoren werden wissen, was ich meine, sind komplett im SAP integriert und können über diese Schnittstelle die Dinge aus dieser Shopfloor-Welt entgegennehmen, weiterverarbeiten, mappen zu den Business-Objekten im SAP und an die passende Stelle in dem Prozess platzieren. SAP-System-Boer 8-4-7-30-Fahrzeuge Vielen Dank.